Hallo und herzlich willkommen beim 50. Drei-Tages-Fortbildungslehrgang des Böffel. Und meine Mannschaft, die unter 12 des FC Kloster Neuburg, alles Jungs des Jahrgangs 2007, werden euch ein Trainingsprogramm zeigen zum Thema komplexes Training im Nachwuchs- und Kinderfußball. Dazu wünsche ich schon jetzt viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.